So Leute, Gilden Kings haben wir länger nicht gemacht. Was ist Gilden Kings? Ich schaue mir so ein bisschen die Gilden Chill Spots auf Server Kebing an und gucke, wer ist der Aktivste? Wo sind viele? Wo ist was Neues los? So, let's go. Wen haben wir denn hier in Nexus? Das ist lustig, weil hier war immer Pentacle und... Ey Sir, lange Schlange kommt immer in die Videos, schon wieder reingeschlichen da oben. Grüße und Kommentar, das solltet ihr da lassen, denn das ist ein positives Zeichen. Ja, so, Nexus. Pass auf, hier stand immer Gilde Pentacle. Anspielung auf League of Legends. Jetzt steht hier Gilde Nexus. Anspielung auf League of Legends. Ist das nicht crazy? Schade, dass wir heute nicht Psyking machen, Pandemonium. Ja, auf jeden Fall Kandidat. Was haben wir denn noch so? Oh, warte mal, was ist denn hier? Ach, hier ist ja sogar Gilde Pentacle. Ja, Pentacle. Ach, Mr. F. Mr. F. ist mal wieder da. Guck mal, sein T-Shirt hat. Yo, Thumbnail, Alter. Mr. F. Mr. F. ist das Thumbnail. Und sie im Hintergrund. Passt sogar richtig. Warte mal, ich hab noch eine bessere Idee. Kann man das irgendwie noch kombinieren? Nee, das passt nicht so richtig. Und mit dem Ridge. Yo, Digger. Wieso habe ich jedes Mal so 10 Millionen cooler Thumbnail-Ideen? So Fiesta. Ist so random irgendwie. Na ja, so, ganz durcheinander schon wieder. So, ja, Pentacle Nexus. Ist ganz nett. Ach, schon mehr gesehen. Wo ist eigentlich der Resonate-Chill-Spot? Weil ich... Also, Resonate ist einer der größten Gilden. Aber ich hab keine Ahnung, wo der einen Chill-Spot ist. War es nicht in Ruhm? Ja, die haben auf jeden Fall cooler Looks mit ihren, ähm, Schaus, wo die sind. Ach, by the way. Manche Leute haben ihre Chill-Spots an den randomsten Orten. Da muss ich mal lachen. Oh, Troja. Ah, Troja hat, äh, sehnsüchtig darauf gewartet, dass ich, äh, mal, äh, deren Chill-Spot erwähne. Und, na ja, there you go. Wen haben wir denn hier so? Und von denen ist mir noch keiner negativ aufgefallen. Es gibt auch viele Leute, die sehr viel Nonsense reden, gerade in Schleimkaisern. Äh, äh, und, äh, trotzdem stapeln sich die XCAT5. Äh, Troja, also ist jetzt nicht Titel, äh, Gilden Kings. Achso, Blechtag. Der hatte mal geschrieben, dass er hier noch von Isel-Zeiten einen 70er-Blum mit Autogramm drauf hat. Übelste Legende. Und er hat ein cooles Cover. Mit Tentakeln, I guess. Ja, klar. Äh, lo, lol. Jako Maus, ah, ein bisschen weniger geworden, die Gilde. War auch schon mal mehr los. Scheer. Das klingt wie so ein Mage-NPC, so ein bisschen. Coole Socke. Coole Socke ist so ein bisschen wie, wenn dein Vater jetzt Fiesta Online spielt und sich irgendwie so ein Charme. Coole Socke. Gibt mir so ein bisschen Boomer-Vibes, der Begriff, finde ich. Äh, ich weiß gar nicht, warum ich hier gucke. Hier ist ja mehr so Lager-Stuff. Was ist hier los? Ähm, okay. Äh, oh. Pah, lo, digger, der Schleim hat da eben gut zugepasst. Der Schleim hat da eben gut zugepasst. Äh, Gildes Syndicate? Boah. Ähm, gucken wir mal weiter. Tuh, 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 tuh. Gilde-True, ja. Ist ja neu. Ach, hier haben wir dieses Uwu-Girl mit dem Uwu-Look. Boah, das wäre, glaube ich, auch kein schlechtes Thump, ne, ehrlich gesagt. Das wäre, glaube ich, auch kein schlechtes Thump, ne, der Uwu-Look ist auf jeden Fall immer sehr beliebt. Äh, boah, Uwu-Look gegen, ähm, Fuoco, ey, das wird, das wird eine schwierige Entscheidung heute mit dem Thump. Naja, hier, hier, hier steht auch mal Just Candace-Gilde, da wäre nicht so viel los. Dann haben wir hier Empyrean. Empyrean ist eine interessante Skin-Line in League of Legends. Die haben coole Farben, so. Ähm, so, jetzt will ich mal einen der randomsten Gilden-Chill-Spots euch zeigen, den ich letztens so durch Zufall entdeckt habe. Aber ich will mal gucken, ob die überhaupt da ist. Oder ob die mich so getrollt haben, dass die nur einmal da waren und dann nie wieder um so... Ah, lol, hier war nämlich letztens so eine Gilde, wo ich mir dachte, was für ein random-Chill-Spot. Aber heute sind die irgendwie nicht mehr da. Tja. Ah, Mann. Ah, in Eldrin hat ja schon so ein geiles Video aufgenommen. Und jetzt ist es so... Ach, Knopf, schon wieder. Ey, moin, Knopf. Ah, das... Leute, ich hab mich gefragt, es gibt doch... Es gab doch mal so ein Ninja-Kostüm in schwarz. Wo ist das eigentlich abgeblieben? Das würde mich mal interessieren, ne? OG-Stuff, Alter. So, Eldriden würde jetzt ein bisschen awkward, weil ich hab ja vorhin schon ein geiles Eldriden-Video aufgenommen. Und jetzt gehe ich dann nochmal vorbei und alle so... Hey, er hat doch schon eben da aufgenommen. Jetzt nochmal awkward, komisch, schwierig, unangenehme Situation. Aber hey, Leute, manche Situationen sind awkward und strange. Requiem. Agoni baut wieder in Sachen Masse auf. Resistance. Ach komm, nee, wir riden hier schnell vorbei. Das fleißige Biene ist bestimmt so ein Bienchen-Farm-Chill. Ähm. Yo, dieser neue Look ist auch richtig am viben, Alter. Schreib... Schreibfehler. Also wenn... Was man hier immer entdeckt, wenn man so ein bisschen durch die Stadt rumridet... Vor allem, ich hab komplett vergessen, wer heute Gilden King ist. Äh, wer war denn groß? Wer war denn so big? Ach, Troja. Ja, weil Troja ist mir bisher nur positiv aufgefallen. Denen geben wir mal den Titel Gilden King heute. Äh, die waren bisher sehr nett. Die sehen auch ganz alright aus. Aber... Was? Ja. Ich glaub, damit haben wir die meisten Chillspots so... Achso, es gab noch einen in Ruinen von Alba Stolper, der auch so mega random. Da, wo man so spawnt. Der war eine kurze Zeit big, als hier diese King-Inquest gemacht wurde. Bijou. Aber als das gone war, war es dann auch so gone, so, ne? Ähm. Also Gilden King kriegen heute Troja und waren noch ein paar andere coole dabei. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020